Musik Musik So, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim Oh, 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 wir haben immer noch die Mutti hier an den Hacken So, und Alter, ey, boah So Boah, Bitch Ah, okay, so, haben wir dat Wow, Amnest 120 ist der Wert Mhm, schlagene Rüstung Pelzstiefel Ähm, nee Komm, brauchen wir alles nicht, darfst du alles behalten Ja, das mit dem Pferd da Also da, ich weiß ja nicht, wo ist das hin, ist das weg Wo ist unser Pferdchen? 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 Hallo? Bitte was? Ey, Freund Der schießt uns Äh, äh, ha Äh, du Sau Na? Ey, was ist noch los mit euch? Warum gehen die auf uns los? Banditenführer Okay, du bist also der Obermacker hier Hm Ah, brauchen wir gar nicht Wow, du bist aber flott, hä? Uh, 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 uh Caramba, Caramba Äh, bleib doch mal stehen jetzt, komm Alter, fick dich Boah So, komm jetzt einmal noch, oder? Dann bist du doch platt Na, also Es geht ab, ey Äh So, hast du was Interessantes dabei? Eisenstiefel, ja, die können wir mitnehmen Die sind, glaube ich, besser als unsere, gell? Äh, ja, und dieses Schildchen, das nehmen wir auch noch mit So, jetzt schauen wir gleich mal Hm Äh, wir haben Pelzstiefel an Dann wechseln wir doch mal So, Eisenstiefel Müsste ja unsere Rüstung zugute kommen, gell? So, was mit dir? Kommen wir auch nochmal nach Gold auf jeden Fall Und Dietrich nehmen wir mit Und Was hat er sonst noch? Eisenpanzer, Handschuhe Mäh, brauchen wir jetzt nicht unbedingt Oh, der Helm, der ist auch richtig ausgedeckt So Ja, okay, gut So, ist noch einer hier? Gehen die jetzt alle auf unser Pferdchen los, oder was? Nee Ach, er hier oben Alter Kann ich dann ernst sein? Ja Ey So Bam Haha, getroffen Bam Ah, 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 du dumme Sau Hoppala, falsch genommen I'm so sorry Ja, und hier oben ist auch noch einer, oder was? Ja, jetzt pass mal auf Da können wir doch hoch, oder? Da kommen wir doch hin Er will uns das Herz rausreißen Das ist ja auch nicht so gerade, die feine englische Was ist das hier? Aufschließen Fallen auf Auslöser Ah, okay Ja, das versuchen wir mal Ähm, zack Nein, nein Nein, das war doch so knapp So, jetzt aber Ola Okay Ich weiß nicht, ob das gut war, was ich da Äh, was? So, was hab ich da jetzt Gemacht Kommode, da kommen wir auch mal rein Kleidung, brauchen wir nicht Stiefel So, Freunde Was ist jetzt hier los hier? Können wir doch nicht bringen Ich reite hier ganz gechillt Meinen des Weges Und du Vollpfosten Hallo Alter Jetzt wär hier was noch runtergeplumpst Auch noch, ey Meine Güte Ja Autsch Das hat weh So, kommen wir hier jetzt nochmal Ähm Jo, die Pfeile nehmen wir mit, ne? Jetzt haben wir ja noch irgendwo einen Gut Oh, ich glaub's ja nicht, ey Ah, da oben Du Sau Ey, boah, du Frechdachs Geht das bis zu hoch? Natürlich nicht Verdammt Hm, vielleicht können wir hier Können wir innen drin irgendwie Ja, da geht's hoch Achtung Ich komme Freunde Wo bist du? Hallo Ey, du Ah Ah Und jetzt Schlesikowski Ja toll, jetzt fällt der runter Hm Nein, das war ja nicht so toll So, dann stiefeln wir da runter Vorher schauen wir uns hier nochmal um Gibt's denn hier noch irgendwas? Huch, sorry Tut mir leid Wein, ja Hm Naja Die ganzen Frisalien hier, die nehmen wir mit Was haben wir da noch? Kleine Heilung Jam, 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 jam So, einer mit Okay So, dann gucken wir nochmal hier drüben rein Bevor wir wieder zurückratscheln Mir noch was? Ah, nee Ah, da noch was Spitzhacke Ja, in diesen Tisch würde ich gerne nochmal reingucken Na also Jawohl, dankeschön Okay Komm ich irgendwie noch weiter nach oben? Ja, hier So, was gibt's hier? Ah, hier haben wir auch nochmal eine Kommode Feine Kleidung Das brauch ich alles nicht Oder brauch ich das? Brauch ich feine Kleidung? Fragezeichen Alchemie-Labor, nee Kommode hier nochmal Hut Freu nicht Schäbige Haube Nee, freu nicht Ah, Mist Oh, ich seh schon Der würde sich So Gibt's doch bestimmt irgendeine Art von Zauber Oh, das hat sich gelohnt Irgendeine Art von Zauber Mit dem man dann Ja, diese Minigames hier nicht mehr unbedingt fabrizieren muss, oder? Mit dem man dann quasi die Schlösser einfach so aufschließen kann Gibt's das nicht? Bestimmt, oder? Jetzt könnte ich hier schlafen Wollen wir mal Wein Warum nehme ich eigentlich immer den Wein mit? Das ist Reflex wahrscheinlich Ziegenkäse Mh, lecker Ziegenkäse Äh Was? Jagdbogen der Kühle Jagdbogen der Kühle? Das klingt aber gar nicht verkehrt Jagdbogen der Kühle Das Ziel erleidet 5 Punkte Frost Schaden auf Gesundheit und Ausdauer Ah, der Wahnsinn, ja her damit Alter, willig Dann machen wir mal kaiserlicher Bogen Dann machen wir da mal die 5 Wie sieht das aus? Hoho, 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 hoho Hm, alles klar Hab ich verstanden So, dann wieder zurück Ja, wir sind ja auf dem Weg Ähm Nach Aber was ist eigentlich momentan unsere Quest? Wo sollen wir eigentlich hin? Was sollen wir treiben? Was machen wir eigentlich gerade? Das ist eine gute Frage Das sollten wir vielleicht mal herausfinden Ähm Ach ja, genau Mit den Graubärten wollten wir sprechen, ne? Dazu müssen wir aber Müssen wir schon hier drüben bleiben, gell? Wie komme ich wieder auf diese doofe Brücke? Äh Wie komme ich da jetzt wieder hin? Oh, ich kann ja auch hier runter, oder? Äh Ob das gut geht? Äh 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 Ah Nix passiert Hab ich drauf, Alter So, dann jumpen wir da durch Sehr geil So, brauchen wir denn den Gaul überhaupt? Jetzt mal ehrlich Ich meine Der ist ja nicht unbedingt schneller als wir, oder? Da kann ich auch gleich so laufen Hier eine kleine Wanderung Das kann ja weg Oh, da haben wir nochmal einen Elch Ah, da könnten wir jetzt ja eigentlich mal unseren Pfeil aus Also unseren neuen Bogen ausprobieren hier, oder? Wo ist er hin? Komm, bleib mal da Nicht ausreißen Hallo Nicht weggehen Nicht weggehen Hops Ah, das ist ein Fuchs Was war das? Ah, zack Ich habe doch getroffen Hallo Den habe ich doch getroffen Hallo Freund Kommst zu Hermann Alter Ah, es wird schon wieder dunkel Ähm Ja, mh, Disteln Mh, lecker, lecker Disteln So, dann schauen wir nochmal in die Karte Wie genau Muss wir denn jetzt laufen? Ah, da sind wir ja schon mittlerweile Und wir müssen aber Hier hin, gell? Ja, okay Das ist Diese Richtung Hm, da steht uns Leider ein Berg im Weg Oh, bescheuert Hier so runter Ah, ja Das sieht gut aus Oder? Hier So, es wird schon wieder Nacht So, ich packe mal die Waffen weg Wir sind ja friedlich gesinnt Ja, sag ich doch Richtung stimmt Oh, was war das? Ne, ich Ne, bock Alter, was bist du denn? Kann ich ihn abmurksen, ohne dass ich mich einer ans Bein gepisst fühlt? Eine Ziege So, was bist denn du für einer? Kann ich mit dir sprechen? Vorsichtig Joa Hallo Ich bin unterwegs nach Windhelm Um mich den Sturm Das Kaiserreich liegt im Chaos Sie haben die Anbetung von Talos verboten Ja, habe ich auch mitgekriegt Und? Schlimm? Hm Ja, ihm darf ich wieder nichts tun, ne? Glaube ich, weiß ich nicht Könnte sein Wir lassen das mal lieber Gucken, dass wir schleunigst zu diesen Graubärten hier kommen Ja Ivas Red Oder Reed Ivas Reed Wird das denn besser? Oh, ein Stückchen ist noch Aber ehrlich, das ist ja echt bescheuert, dass die Pferde hier so langsam sind, oder? Ein Hase Lecker Kaninchenkeule So, ich bleib mal hier auf dem Weg, oder? Das ist wahrscheinlich intelligenter Und wir machen uns mal Tag So, wir sind jetzt 8 Uhr am Abend Ja, dann machen wir 8 Stunden, dann müsste eigentlich morgen sein, oder? Klick, klick, klick 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 Ah, ne Ja, komm, dann legen wir nochmal 3 drauf zack na also früher morgen Himmelsrand der Wind weht sich so sitzt auch cool als die Zugang aus 9 Kunde verknüpft ein Wolf aber alt für die Tauz über Geld mit den Faller war den Drachen im Markt können wir fliehen wollen sie hoch oder ist scheinlich nicht müssen wir hoch Straße geht unten lang n ich guck noch mal Aure sind ja warum laufen wir den Komplett in die falsche Richtung werden warum machen das er wir müssen ist ja schon wieder ein berg im weg wir sind doch falsch au mann alter ich gehe mal hier so ein bisschen kräftig da komme ich nicht hoch verdammt kann ich hier so ich gucke einfach mal wie weit wir da kommen wahrscheinlich gibt es irgendeine bessere Möglichkeit als einfach nur da ja dem Kaffee sozusagen entgegen zu watscheln oder auch hier mal Pilze kann ich die mitnehmen rauer Wüstling oder so weiß kappe ja coole Aussicht so Gott man hört in dieser doofen Berg hier mal auf noch mal drüber kommen haben irgendwas gegen künftig für unsere Ausdauer guck mal nach wegen einem komme schlucken mal was jetzt hier das kann ja so nicht weitergehen Zaubertränke Prozent um Zaubertrank der geringen Ausdauer ja damit gut na also das geht auch Ziege komm her ja das sieht doch gut aus oder kommen wir doch drüber Fuchs na komm solls die Landschaft ist schon geil eh das muss ich also wirklich mal ich sag's eigentlich einige Sachen ist alle zehn Minuten was geht mit dir was bist du für einer Talsgar der Reisende Talsgar das bei dir alles fit ich weiß nicht du siehst nicht so wirklich Talsgar was ist nur los hallo red doch mal mit mir was ähm Talsgar ähm sprichst du mal mit mir oder nö sprich nicht mit mir eigentlich dich umbringen und das war schon wieder schlecht Kopfgeld hinzugefügt letzte Zeuge getötet äh Kopfgeld aufgeheben war aufgehoben sehr geil alles klar ähm was Miraclesparsch mh einmal frei äh der aragonische Bericht brauchen wir nicht Wolfskönigin brauchen wir auch nicht Geschichtlicher nö brauchen wir auch nicht Weizen hatte dabei das nehmen wir mal mit Zaubertrankte geringen Ausdauer mh danke voll Treffer ist okay Kleidung die will ich gebracht aber soll es sind wir noch richtig ah ja ja wir nähern uns wir nähern uns so ich sehe gerade die Folge hier zu Ende aber ich denke dass wir dann zumindest im nächsten Part werden wir dann dieses Kaff endlich mal erreichen und dann hoffe ich das wird ziemlich zügig oh was geht jetzt Alter was geht jetzt was macht da so einen Krach hallo das war aber nicht der Hase das könnte mir nicht erzählen oh was bist du denn was ist er denn ja geil ähm ja da kümmern wir uns dann im nächsten Teil drum oder ups na guck mal was er so drauf hat bis dahin sag ich uh haha sag ich schön los ja ich ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017